Ja, schönen guten Abend. Willkommen bei Daddeln mit Phönix. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und alle, die bei dem Wettbewerb mitgemacht haben, auf ein Zettel geschrieben. Und in meine Cornflakes-Muku-Schale geworfen. Ja, ne? Und bevor wir anfangen, vielen lieben Dank, dass so viele mitgemacht haben. Es war schön, die Kommentare zu lesen, zu beantworten und allem drum und dran. Dazu muss ich noch sagen, ich kann natürlich erst das Paket am Montag losschicken, weil morgen Feiertag ist, Sonntag ist sowieso alles zu. Also Montag werde ich das Paket erst losschicken. Heute Abend geht auch nicht mehr. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Das wird ein relativ kurzes Video. Wir wollen nur den Sieger wissen, mehr wollen wir ja gar nicht. So, und zwar... Ich ziehe ihn hier. Und das ist... Achso, ja, und ich mache das so, unkonventionell, mit eigener Handarbeit und allem drum und dran, weil mir dieses YouTube-Random, ich such mal einen Namen raus, auf den Sack geht. Und so könnt ihr sehen, dass wirklich jeder die gleiche Chance hat und nicht irgendwie nach Buchstaben, Name oder sonstiges bewertet wird. Und so hat jeder die gleiche Chance, auf meine Cornflakeschale gezogen zu werden. Und es ist... Simon Hildebrandt. Herzlichen Glückwunsch. Ich blende jetzt nochmal das Bild ein. Du hast diese drei Figuren gewonnen, die ich Montag losschicken werde. Du müsstest dich dann nur nochmal privat auf meinem YouTube-Account melden, damit ich weiß, wohin ich die schicken kann. Ja, das wär's mit dem Video. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. Och... Och... Vielen Dank.